Hallo liebe Moviepiloten, es ist Montag und das bedeutet natürlich Fear the Walking Dead auf Moviepilot. Ich habe die neue Episode für euch geschaut, Staffel 6, Folge 12, In Dreams. Was ich von der Folge halte, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier wird es zu Spoilern kommen. Seid euch dessen bewusst zu spoilern, was The Walking Dead und Fear the Walking Dead angeht. Sicherheitshalber das gesamte The Walking Dead Universum ist hier fair game, was Spoiler angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden, Leute, legen wir los. Okay, ganz ehrlich, wer nach dieser Episode immer noch nicht am Start ist bei Fear the Walking Dead, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Denn diese Episode war für mich nicht nur eine der besten Fear the Walking Dead Episoden. Eventuell gehört sie in die Top 10 Episodenliste aller Episoden des Walking Dead Kosmos. Ich war lange nicht mehr so bewegt. Ich sage es ganz ehrlich, diese Episode hat dazu geführt, dass ich Tränen vergossen habe und das passiert so gut wie nie. Meine Güte, aber ich fall schon wieder mit der Tür ins Haus, deswegen, ich breche jetzt diese Episode runter auf die wichtigsten Elemente. Denn meine Güte, hier ist eine Menge passiert. Denn das war für mich eine der emotionalsten und bestgeschriebenen Episoden im gesamten The Walking Dead Kosmos. Wir widmen uns endlich mal Grace. Und Grace wurde ja eingeführt in der sehr undankbaren Season 5. Und das gleiche habe ich auch letzte Woche über Wes gesagt. Wes, der Schauspieler, hat mir so leid getan, weil er hat offensichtlich Bock, Teil des The Walking Dead Kosmos zu sein. Und dann musste er in Season 5 einsteigen, die niemand mochte. Karen David ging es ähnlich. Sie wurde auch noch groß angekündigt. Und sie hatte so viel Spaß, Teil dieser Serie zu sein, mit Lenny James zu arbeiten, mit dem Rest des Casts zu arbeiten. Und er hat diese Staffel nur auf die Mütze bekommen und negative Kritiken bekommen. Und diese Folge wird Karen David als Schauspielerin gerecht. Denn das ist definitiv ihre Episode. Und die Tatsache, dass es eine Figur ist, die mir bis dato relativ egal war und jetzt sehr, sehr viel bedeutet, spricht einfach dafür, was eine Episode ausmachen kann und was gute Drehbücher ausmachen. Denn wir haben erneut, ich meine, wir befinden uns ja in dieser Anthology-Serie. Jede Woche wird ein neuer Charakter beleuchtet. Ich bin Fan von dieser Erzählstruktur. Weil dadurch lernen wir diese Figuren auch endlich mal wieder besser kennen. Die sind nicht alle gleich wie in Season 5. Strand ist ein Opportunist. Daniel ist mental am Ende. Morgan probiert ein Anführer zu sein. Alicia geht ihren eigenen Weg. Und jetzt haben wir eine Episode mit Grace. Und es fängt ganz komisch an. Sie liegt auf dem Boden und alles ist hell und sieht wundervoll aus wie in einem Paradies. Sie kommt zu sich und der schwangere Bauch ist weg. Ich so, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Dann wird sie direkt gerettet von einem jungen Mädchen mit einem Stock namens Athena. War das ihr Name? Athena? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ich bin manchmal echt schlecht mit Namen. Meine Güte. Und wir wissen schon von Sekunde 1, wer das sein soll. Es ist ihre Tochter. Sie ist irgendwie in einem Szenario gelandet, wo sie sich 16 Jahre in der Zukunft befindet. Das heißt, wir sehen Old Man Morgan. Wir hatten ja schon Old Man Rick in Karls Traumvision, wo er so ein bisschen diesen sehr buschigen Bart hatte, schon etwas grau war, am Stock lief. Und jetzt sehen wir einen älteren Morgan. Und wir sehen, was aus seiner Community geworden ist. Und es ist wirklich wundervoll. Das allein fand ich schon sehr rührend, dass er eine Tochter hat. Ich meine, er hat Graces Tochter als seine großgezogen. Wir sehen aber auch den Rest der Crew. Dwight ist wieder mit Cherry zusammen. Die beiden haben zwei Kinder. Ein kleines Mädchen namens Tina und ein Sohn namens John, benannt nach John Dory. Fand ich sehr schön. Wir sehen June, sie ist die Ärztin dieser Community, was sehr cool ist. Und ihre Assistentin, die bei allen medizinischen Problemen hilft, ist Charlie. Und Charlie wurde neu besetzt, weil es jetzt eine ältere Charlie ist. Fand ich auch ziemlich cool. Da haben wir so einen ganz kurzen, süßen Moment zwischen Daniel und Victor. Ja, Daniel gibt Victor neuen Haarschnitt. Und wir sehen, dass die beiden jetzt einfach nur zwei ältere Herren geworden sind, die sich gegenseitig so ein bisschen necken. Und das fand ich ganz cool. Wir haben überlegt, wie bitterböse deren Beziehungen waren. Dass sie jetzt als alte Herren sich zwar immer noch ein bisschen auf den Keks gehen, aber ein bisschen liebevoll. Dann erfahren wir, dass Alicia die Community verlassen hat, zusammen mit Wes und Luciana. Und das Baseballstadion wieder aufgebaut hat, in Andenken an Madison. Das fand ich großartig. Und es ist generell cool zu sehen, dass Morgans Vision aufgegangen ist. In alten, weisen, grauen Morgan zu sehen, ist echt cool. Und dann erzählt der Grace, dass sie die Geburt nicht überlebt hat von der Tochter. Aber dass dieses Baby alles geeint hat. Die sind damals davon ausgegangen, dass der Schlüssel, den Morgan um die Kette hatte, dass das der Schlüssel für die Zukunft wäre, war er nicht. Der Schlüssel für die Zukunft war dieses kleine Mädchen. Alle haben ihre Differenzen beiseite gelegt und haben sich Mühe gegeben, dieses Kind zusammen groß zu ziehen. Und es ist ganz cool, diese Morgan-Tochter zu sehen, weil sie hat so ein bisschen was von beiden. Die haben die sehr gut geschrieben und sie sah auch sehr aus wie Grace. Fand ich sehr cool. Die haben die sehr gut gecastet. Sie hat ein paar Eigenschaften von Morgan. Das heißt, sie ist ein Badass mit dem Stock. Aber sie hat auch eine sehr große Liebe für Musik, was wir von Grace kennen. Und Grace hat ihr einen Walkman hinterlassen mit Musik. Und das ist ganz schön, dass der ihr so viel bedeutet, weil sie ihre Mutter nie kennengelernt hat. Und eine junge Grace hat jetzt die Möglichkeit, ihre ältere Tochter kennenzulernen. Und dann wird es noch mehr trippig. Weil diese ganze Episode war sehr psychedelic. Wir haben uns gefragt, okay, was passiert jetzt eigentlich? Liegt Grace im Sterben? Und wir erfahren auch immer wieder, dass Grace ja generell Angst davor hatte, zu sterben aufgrund dieser radioaktiven Strahlung, der sie ausgesetzt war. Sie dachte immer, oh Gott, ich glaube, ich werde sterben. Doch Hauptsache, ich kann mein Kind zur Welt bringen. Und dann sieht sie ein Auto. Sie, Morgan und ihre Tochter sehen so ein Auto, wo wieder The End is the Beginning oder so draufsteht. Auf einmal hat sie sowas wie ein Flashback und sie sieht, dass das in die Luft fliegt. Es stellt sich heraus, sie und Morgan, die waren in so einem Auto. Da gab es eine Explosion, die wurde ausgelöst von dieser neuen gefährlichen Community, dieser Underground Community. Und wir sehen dann auch Nick Stulls Charakter, der sowohl in der wahren Welt auftaucht, als auch in dieser Traumwelt. Und dort nimmt er sogar die Form eines lebendigen Walkers an. Ich meine, die Bilder in dieser Episode sind teilweise auch wieder horrormäßig, fand ich wirklich stark. Und dann sehen wir, was wirklich passiert. Denn Grace hört immer wieder Morgans Stimme, während sie in dieser seltsamen Afterlife-Sequenz ist. Und Morgan, den findet sie nicht mehr. Denn Morgan in der reellen Welt ist bei Grace. Sie ist ohnmächtig, hochschwanger und sie und Morgan müssen sich verstecken vor diesen Leuten. Denn sie wollen Morgan, sie wollen nämlich diesen Schlüssel haben. Und was dann passiert, ist auch wirklich heftig. Ich hatte nämlich Angst, dass Morgan wieder Mr. Kumbaya ist, nachdem er die Axt nach draußen gepackt hat. Doch nein, wie er diese Leute ausschaltet, das ist eine der heftigsten und besten Morgan-Action-Szenen. Ich meine, der eine kriegt diesen Stab durch den Mund hinten wieder raus. Ich so, wow. Doch, Morgan möchte nicht morden, wenn er nicht muss. Aber er wird's tun, wenn er es muss. Und er muss hier Grace, eine schwangere Grace, beschützen. Nick Starrs Charakter kommt, bedroht Morgan. Morgan rammt ihm den Stab in die Schulter und sagt, verpiss dich doch einfach. Er verpisst sich tatsächlich. Und es geht sehr spannend weiter. Denn im Afterlife sehen wir erneut Grace und die Tochter und die beiden bonden sehr. Und Grace sagt ja auch, guck Schatz, ich glaube, ich werde dich nie wirklich kennenlernen. Was sehr fürchterlich ist. Aber ich bin Teil von dir. Und ich werde immer Teil von dir sein. Und diese Leute werden sich gut um dich kümmern und so weiter. Und es ist auch ganz cool, diese Parallelen zu sehen. Es ist so ein bisschen wie bei Inception. Dass das, was in der reellen Welt passiert, so ein bisschen angepasst wird an die Traumwelt. Das bedeutet, Grace und ihre Tochter kämpfen gegen die zombifizierten Versionen von diesen Monstern, die Morgan angegriffen haben. Das fand ich ziemlich geil. Und alles läuft darauf hinaus, dass wir erfahren, Grace wird höchstwahrscheinlich bei der Geburt des Kindes sterben. Ist aber bereit, genau das zu tun. Weil ihr Kind der Schlüssel für etwas Besseres ist. Kurz darauf greift Nick Starrs Charakter in der wahren Welt erneut auf. Grace kommt nämlich wieder zu sich, erzählt Morgan alles, was sie gesehen hat. Dass sie so eine Vision hatte von der Zukunft und wie schön das alles ist. Doch Nick Starrs Charakter greift erneut an und hält Grace tatsächlich eine Waffe an den Kopf. Einer schwangeren Frau hält er eine Waffe an den Kopf, weil er diesen Schlüssel haben möchte. Und Grace sagt dann auch zu Morgan, gib ihm einfach den Schlüssel. Dieser Schlüssel ist es nicht wert, dieses Kind ist es wert. Das ist der Schlüssel für alles. Morgan lässt sich kleinreden, gibt ihm den Schlüssel und Grace wird in Ruhe gelassen. Ich dachte kurz, wird sie erschossen? Ist das wirklich so düster? Doch nein, Nick Starrs Charakter verpisst sich wirklich. Und die beiden bleiben zusammen. Doch dann setzen die Wehen ein. Und diese Szene hat sowas von mit meinen Gefühlen gespielt. Denn ich bin davon ausgegangen, dass jetzt das passiert, was uns die Episode halt suggeriert hat. Deswegen war ich ein bisschen darauf vorbereitet, was passieren würde. Grace setzt sich diese Kopfhörer an. Sie spielt die Musik, die ihre erwachsene Tochter immer wieder singt in der Zukunft, um das Kind zur Welt zu bringen. Das heißt, sie ist bereit, jetzt zu sterben, für dieses Kind ihr Leben zu lassen. Und das hat auch sowas Friedliches und so etwas Mütterliches, Beschützendes. Das Kind kommt zur Welt und auf einmal haben wir einen kompletten Switch in der Tonalität. Denn Grace schreit Morgan an. Warum ist das Kind so leise? Warum gibt es keine Geräusche von sich? Morgan, Morgan und Morgan. Es wird nur Rücken zu ihr gekehrt und gibt diesem Baby schon eine Herzmassage. Er dreht sich zu ihr, ist mit Tränen übergossen, gibt ihr dieses tote Kind, das tot zur Welt kam. Ich so, oh Gott. Und Grace wird klar, das, was sie gesehen hat, waren nicht ihre letzten Momente. Es waren die letzten Momente ihrer Tochter. Das heißt, das, was aus ihrer Tochter hätte werden können. Und ja, diese Tochter wird nicht der Schlüssel sein, weil sie tot auf diese Erde gekommen ist. Und das ist so heftig. Diese Episode war für mich eine der dramatischsten, der traurigsten Folgen, die ich je gesehen habe. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das Kind es nicht überlebt. Ich dachte, Grace wird sterben und das Kind wird leben und Morgan wird jetzt der Vater davon sein. Das ist nicht der Fall. Das Kind ist gestorben. Generell, ich fand es sehr geil, wie mit diesen zwei Welten gearbeitet wurde. Und wie viel von dieser Welt tatsächlich Realität wird, weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil die kleine Athena kommt ja nie zur Welt. Aber wird Morgan so ähnlich sein, wenn er älter ist? Wird es ein Wiedersehen geben zwischen Old Man Rick und Old Man Morgan? Meine Güte, diese Episode war stilistisch großartig, von der Tonalität großartig. Aber sie hat sehr, sehr auf Gefühle gesetzt. Und die schauspielerische Performance von Karen David in dieser Episode, ich sag's, verdient einen Emmy. Wenn ihr diese Folge nicht gesehen habt, zieht sie euch rein. Diese Folge, in sich geschlossen, ist so gut, so emotional, so wirksam, dass ich wirklich berührt war. Am Ende der Folge war ich ein emotionales Wrack. Das passiert selten, das passiert generell selten, wenn ich Serien und Filme gucke. Das letzte Mal, dass mich The Walking Dead so getroffen hat, war wahrscheinlich, als Daryl Dixon die tote Beth auf dem Arm gehalten hat und Maggie zusammengebrochen ist. Ich glaub, das war das letzte Mal. Und eventuell nach der ganzen Glenn-Nummer, wo die alle so fertig am Boden lagen und man gesehen hat, was hätte sein können mit diesem Picknick. Doch dieses Szenario setzt der Nummer nochmal eine Krone auf. Das war wirklich brutal, heftig und trotzdem eine der besten Episoden im gesamten The Walking Dead-Kosmos. Ich frage euch, wie hat euch Folge 12 von Fear the Walking Dead Staffel 6 gefallen? Bitte schreibt mir das in die Kommentare, ich bin sehr gehypt auf eure Kommentare. Fandet ihr die Folge genauso großartig wie ich? Für mich ist das ein in sich geschlossenes Stück Kunst diesmal. Anders kann man es nicht benennen. Kunst. Lasst es mich wissen, ich freue mich auf eure Kommentare und ich freue mich generell auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.